Hallo zusammen, ich möchte mich erstmal bei den 99 Abonnenten bedanken. Danke und ich habe jetzt, das ist jetzt eigentlich ein Mitteilungsvideo, weil ich habe gestern Abend gesehen, ich habe 100 Abonnenten gehabt und heute Morgen beim Aufstehen waren es 99. Ja und ich habe mir ja gedacht, ich habe mir schon bei 45 Abonnenten vorgenommen, wenn ich mal 100 Abonnenten habe, dann mache ich ein Special. Und zwar soll das Special dann so aussehen, ich gehe durch die Augsburger Innenstadt und werde die Sehenswürdigkeiten filmen. Ja und wenn es dann soweit ist, dass ich 100 Abonnenten habe, dann werde ich das Abonnentenspecial auch machen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich es soweit schaffe bis zu 99 Abonnenten. Das ist ja schon mal ein Dankeschön wert. Und wie gesagt, ich versuche ja immer normal zu bleiben und das werde ich auch weiterhin. Egal wie weit hoch ich komme, ich werde versuchen normal rüber zu kommen und nicht blöd rüber zu kommen oder arrogant oder irgendwas. Ich werde versuchen ganz normal rüber zu kommen. Auf jeden Fall nochmal danke für 99 Abos und ja, ich werde demnächst auch bald ein neues Intro haben, weil wie gesagt, der Thomas Mayer hat gesagt, das Intro passt nicht so ganz zum Kanal und er möchte mir gerne ein neues machen. Und dann habe ich gesagt, und dann haben wir auch letztens ausgemacht, ja, wir werden das machen mit dem anderen Intro und bin mal gespannt, wie das Intro wird. Und vielleicht wird es ja wirklich so, wie er gesagt hat, dass das zum Kanal passt. Aber ich finde zwar das Intro auch gut, aber vielleicht, das hat ja der Matthias Heller, gesagt, ähm, dass das Intro, das wo mir der Thomas Mayer erstellen möchte, vielleicht noch besser gefällt und und Labello und Pflege hat geschrieben, ähm, ich könnte das ja abwechseln, je nach Thema. Also das Intro, das wo ich jetzt noch habe, vorerst und dann das Intro, das wo mir der Thomas Mayer erstellt. Und dann je nach Videothema könnte ich ja das Intro und das Intro einsetzen. Also einmal das und einmal das. Und, ja, das werde ich mir bis dahin noch überlegen, bis ich das Intro vom Thomas Mayer gesehen habe. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich schon sehr darauf, auf das Intro vom Thomas Mayer. Und, naja, mehr gibt es jetzt nicht zum Sagen. Ihr könnt mich natürlich wie immer in Facebook, Twitter und Instagram verfolgen. Und, ich habe mir überlegt, weil ich ja den Kanal ab sofort auch zum Teil mit dem Basti, also mit meinen Kumpeln, mit dem ich das letzte Video aufgenommen habe, mache. Und, ähm, da habe ich mir gedacht, wenn ich mal über 100 Abos habe, dann werde ich den Kanal mal umbenennen. Und dazu könnt ihr mir Tipps in die Kommentare schreiben, wie ich den Namen dann nennen könnte. Ob MBTV, also die Abkürzung von MaxiBastiTV, oder ob ich meine Idee machen kann, Maxi und BastiTV. Also, wie es sich besser anhört, oder ob ihr noch andere Ideen habt für meinen Kanalnamen, wenn ich ihn umbenenne, wenn wir im 100er Bereich sind, also bei 101, 102 oder 103 Abos. Oder ab 100 Abonnenten mal schauen. Also, wenn gute Ideen dabei sind von euch, wie ich meinen Kanal umbenennen kann, weil ich das ja mit dem Basti zusammen mache, weil der Basti gesagt hat, er möchte das mit mir zusammen machen. Und ich habe auch ganz gute Ideen gekriegt von Basti. Ja, die Zimmerführung, die habe ich ja gemacht gehabt. Die Stadtführung gibt es, wie gesagt, bei 100 Abonnenten. Gruppenführung muss ich mal schauen. Das Rollenspiel, das war ja das mit den 6 Arten, wie man mit seiner Oma telefonieren kann. Persönliche Zeitreise, das war die Reise in die Vergangenheit, da wo ich den Ordner hergezeigt habe. Also, das Album hergezeigt habe, mit Bildern von mir von früher. Und ja, dann hat er mir noch aufgeschrieben, Moment, der Zettel geht so schlecht auf. Jetzt, ähm, weitere Let's Plays, da könnte man dann auch noch danach gucken, natürlich. Und gewiss, wer wird Millionär? Also, da hat er gesagt, das könnte man so nachstellen. Ähm, wir im richtigen, wer wird Millionär? Und ich selber mache mir natürlich auch immer noch Notizen, wie ich meinen Kanal verbessern könnte. Und ihr könnt mir Tipps geben, was ich alles noch machen könnte, was gut ankommen könnte bei euch. Und, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es wieder, wenn es 100 Abos werden. Und dann kann ich auch die Führung machen durch die Stadt, wo ich dann die Sehenswürdigkeiten filme, wie gesagt. Ja, und jetzt wünsche ich euch einen schönen Samstag. Ihr könnt mich wie immer in Facebook, Instagram und Twitter verfolgen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Und nochmal Danke an die 99 Abonnenten. Und ihr könnt mir in die Kommentare, wie gesagt, eure Tipps hinschreiben, wie ich meinen Kanal umbenennen könnte. Weil ich ja das Ganze jetzt mit dem Basti zusammen machen werde, soweit es geht. Also, wenn er Zeit hat, drehen wir zusammen. Und wenn er keine Zeit hat, dann versuche ich allein, die Videos zu drehen. Und da könnt ihr mir gerne eure Tipps schreiben, wie ich den Kanal umbenennen könnte. Denn ab 100 Abonnenten werde ich den Kanal umbenennen. Also, meiner Meinung nach, Maxi und BastiTV. Aber ihr könnt mir eure Tipps dazu schreiben. Und wenn gute Ideen dabei sind, dann werde ich sogar eventuell einen Tipp von euch verwenden. Ja, und jetzt wünsche ich euch einen schönen Samstag. Genießt das Wetter. Das Wetter soll ja heute schön werden. Heute soll ein bisschen die Sonne rauskommen. Ja, also, habe die Ehre. Wir sehen uns.